Im TV gerieten die beiden Trash-TV-Damen Patricia Blanco und Dani Büchner zuletzt noch ordentlich aneinander. Jetzt scheint alles vergeben uns vergessen. Oder ist auch das alles nur Show? Es ist ein Bild, was ein paar Fragen aufwirft. Patricia Blanco, 53, auf der einen und Daniela, dann Büchner, 46, auf der anderen Seite. Beide in wunderschönen Kleidern, ungewohnt versöhnlich halten sie sich in den Armen und lächeln in die Kamera. Es scheint, als sei wieder alles gut zwischen den Trash-TV-Damen, oder? Streit vorbei zwischen Büchner und Blanco Ort des Zusammentreffens ist ein TV-Studio in den RTL-Katakomben, um noch einmal alles auszusprechen, was zwischen den Reality-Queens vorgefallen ist. Und in der RTL-Plus-Show gab es ordentlich Drama, vor allem zwischen Blanco und Büchner. Beispielsweise eskalierte es komplett, als Blanco im Dschungel über Büchner Tochter Joelina lästert. Ich rede gar nicht mit dir, weil du für mich Luft bist, meinte die Good-by-Deutschland-Auswanderin damals noch. Doch die Zeiten des Streits sind nun vorbei. Blanco sagte bei der Reunion zum besagten Body-Shaming-Streit mit Dani und Tochter Joelina. Ich habe selbst früher 160 Kilo gewogen. Was soll ich denn sagen? Daraufhin entgegnet Dani lediglich. Wir sind alle mal drüber, vergeben und vergessen also. Zu dem dann folgenden Foto der Versöhnung schreibt Blanco. Wir sehen doch toll zusammen aus. Und ergänzt das Ganze mit einem Kuss-Smiley. Büchner antwortet mit bis bald und deutet ein weiteres Treffen an. Dani Büchner. Zündschnur ist etwas länger geworden. Allzu überraschend ist diese plötzliche Versöhnung nicht, zumindest aus Danis Sicht. Die fünffache Mutter kehrt nämlich schon bald wieder in den Dschungel zurück. Bei der Sommer-Spezial-Ausgabe von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Möchte sie allerdings weniger Streit mit ihrer Konkurrenz haben, wie sie kürzlich verriet, seit 2020 hat sich einiges verändert. Nicht nur mein Aussehen, sondern auch mein Mindset. Ich war damals eine wirklich sehr negativ eingestellte, traurige Frau. Aber heute bin ich sehr happy und sehr glücklich und sehr entspannt. Meine Zündschnur ist etwas länger geworden. Erleben wir also schon bald eine Dani 2.0? Das wird sich ab dem 16. August zeigen. Und wer weiß, vielleicht hat die neue Dani bereits jetzt eine etwas außergewöhnliche neue Freundschaft gewonnen.